Musik Oh, wo kommen die hier her? Ich war jetzt jeden Tag im Kindergarten und gar keiner war da. Das ist aber schön. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag ihr da draußen. Weil ich komme hier wieder. Was spricht der denn hier? Was spricht der denn hier? Was spricht der denn hier? Machen Sie das schon? Was? Weil der kommt ja auch. Wachen Sie das schon? Vielen Dank. Wachen Sie das schon? Jetzt können wir wieder in unsere Sprache sprechen. Die ganze Zeit waren wir hier so ganz alleine und freuen uns, dass ihr alle da seid. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr alle da seid und uns seht. Und jetzt geht's los. Was haben wir denn heute? Wer bin ich denn? Na, du bist der Sprengel, was ist nicht mehr? Bist du dann etwa Tarantelli? Sie hat sich's gewährt. So ist es. So. Ja, machen wir jetzt. Rosa. Seht ihr den Klauen? Ja. Ach, bin ich schön. Ich bin ein wunderschöner Klauen. Guck mal, hier ist nicht so schön. Na, so schön bist du nun auch nicht? Warte, wir machen mal ein schönes Foto. Warte. Gut. Aber von meiner heilig weg. Warte. Ich guck mich da rein ein bisschen an. Guck mich da rein. So, damit du noch schöner bist, dann hältst du bitte eine schöne Blume in der Hand. Gerne. Gerne. So, und jetzt fotografiere ich dich mal. Hallo. Achtung. Guck, ich hab hier schon ein schönes Foto verraten. Ja. Achtung. Bitte recht, Preusel. Mach ich. Lachen. Lachen. Ja, doch. Ja, doch. Und weil es nicht spucken, das darf man jetzt gar nicht. Spucken darf man jetzt gar nicht. Aber das war ja aus der Flasche. Hat ja so einen Spaß gemacht, gell? Sie hat es gesehen aus der Straße. Na gut. So. Und jetzt? Wie langweilig. Ja. Ich weiß was. Liebe Kinder zu Hause auch manchmal so langweilig. Nein, ich hab eine gute Idee. Ja. Ich hab eine gute Idee. Sag, Mia hat nochmal gesagt. Bin ich wieder auf. Dass du einen Zaubertrick hast. Zeig mir mal bitte deinen Zaubertrick. Ich glaub's nämlich nicht. Ich dachte keinen gar nicht Zauber. Ich hab einen ganz guten Zaubertrick. Das glaub ich jetzt. Ich habe. Guck mal, guck mal, guck mal. Was ist denn das? Papier. Was kann man mit Papier machen? Zerreißen. Aber machen wir mal. Tipp. Tipp. Schere. Sehr gut. Ich hab eine. Was soll ich mit der Schere machen? Du machst jetzt. Du zerschneidest das jetzt. Dass das ein großer Kreis wird. Also nicht zwei kleine, sondern ein großer. Das kann ich. Na dann, mach doch. Das kann doch jeder. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Und das kannst du auch nicht. Das ist doch nicht so bockig. Man muss doch nicht immer gleich alles können. Aber ich kann's wirklich. Das glaub ich dir auch gar nicht. Wirklich. Komm mal, Linda. Zeig dir ja. Ich habe hier. Und deine Schere. Kannst du genau. Ja. Das ist gut. Wie ganz so. Schere bist du. Schere. Schere. Hier ist es. Hier ist es. Schatz. Schatz. Muss man vorsichtig machen. Das machst du sehr richtig. Die Schere muss man immer so geben. Nicht. Aufgebracht. Aufgebracht. Ich gehe das. Auf die Treppe. Er muss. Ja. Auf die Treppe. Fertig. Hör. 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 Oh nein. Oh nein. Könnt ihr klatschen? Könnt ihr klatschen? Hör. Hör. Ich kann auch zaubern. Hör. Ich kann das zaubern. Pass mal auf. Ich kann zaubern, dass ich diesen Ball hier drauf fädeln kann. Hier drauf. Langweilig. 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 Das ist nicht langweilig. Nur ich kann das. Pass auf. Na ja. Mach du's mal. Kannst du das drauf hädeln oder du? Mach du's mal. Kannst du's? Ja. Zaubern. Mal drauf. Hör. Häck. 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 Das ist ja nicht Platz! Pass auf, auf die Kletze fertig! Ja! Ich hab's gehalt, dann kannst du das. Ich hab's schon aufgemacht. So, jetzt! Aber, wir haben doch hier was ganz schönes stehen. Was hältst du davon, wenn wir jetzt ganz schön Sport machen? Ja! Kannst du Sport hier für eine Minute? Ich kann's! Fertig? Los, vortragen! Stell dich nicht so an, hier vor! Hier vor, hier vor, noch ein Stück vielleicht bisschen schräg. Was denn? Ach, hier vor! So, pass auf, ich mach's dir vor. Du musst ganz elegant und ganz schmal wie ein Reh hier drüberlaufen. So! Ich bin das dran! Ich muss das nicht gestehen! Ach so! Ich bin so ne leichten Fehler, bei mir fällt die Bahn nicht. Und jetzt du! Heide! Na, pass auf, hier warten wir! Die sind da, wo runtergefallen und weiß, wo runtergefallen ist, der braucht nämlich einen Schirm, damit er sich richtig gut ausbalancieren kann. Uh! Was sind die denn hier? Die haben ja meine Freunde mitgebracht. Ist das aber sehr gut. Ich wusste denen nicht, dass du das nicht kannst. So, jetzt! Ich trete hier noch einmal ab. So, pass auf. Und jetzt Ballen! Ballen! Da soll auch eine Kanche Rouge auf allen beiden stehen. Ballen! Ich dachte, wir wollen mal noch drüber. Ich dachte, wir rutschen mal noch drüber, ob du das kannst. So, was drüberrutschen. Wann wir drüberrutschen? Halt! Pass! Und drei! Und drei! Und drei! Ich hab's geschafft! Ich kann's nämlich von alleine. Weißt du warum? In der Zeit ist es ganz wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Deswegen müssen wir die Sachen alle gemeinsam machen und mit ganz viel Spaß. Jetzt? Kannst du alleine? Natürlich, ich bin doch der Tarantelli. Nein, das liegt an meinen Handschuhen. Die sind so glatt. Guck mal! Ich hab's mit Zahltüten geschafft. Ich hab's mitgebracht. Alle Clowns können nämlich guten Sport machen. Normalerweise lassen wir jetzt abklatschen. Wie machen wir das jetzt so? So! Komm, lass uns die Ball hin. Warte, ich muss erst meine Handschuhe wieder aufsammeln. Hebe sie auf mich. Schraub die Blätter. Fertig. Und heb hoch. Ach, zusammenwarten. Hier hinten ist besser. Alles sauber, alles ordentlich. Haben wir noch mitgebracht? Ein Wasser. Ein Wasser. Wollt ihr das noch hören? Wir haben noch ein Lied mitgebracht. Aufgepasst. Okay. Jetzt geht's los. Manon. Manon. Rathlit. Und Clown Sporelli. Tarantelli. Und wir dürften mitmachen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr aufstehen, wenn ihr Lust habt. Und dann dürft ihr mitmachen. Und alle zu Hause auch. Jetzt geht's los. Oh, geht noch nicht los. Musik. Unsere Kraft. Und dann geht's los. So, machen wir dann. Toll. 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 Ja. So. Das kenn ich ja. Das kenn ich ja. Ich bin ja. Aus einer Glendmaß, eine Schüssel ganz aus Glas. Wenn der Borelli steht und singt, wenn er groß und klein zum Loch erbringt. Borelli vom Virkus an Ankelli, die Geilge aus der Tür zieht. Spiele noch auf ein lustiges Lied. Wenn Klaus von Lenni spielt, wenn er groß und klein zum Loch erbringt. Borelli vom Virkus an Ankelli, mit seinen Schuhen riesengroß. Klaus von Lenni spielt und singt, wenn er groß und klein zum Loch erbringt. Klaus von Lenni spielt und singt, wenn er groß und klein zum Loch erbringt. Borelli vom Virkus an Ankelli spielt und singt, wenn er groß und klein zum Loch erbringt. Borelli vom Virkus an Ankelli spielt und singt, wenn er groß und klein zum Loch erbringt. Borelli vom Virkus an Ankelli spielt und singt, wenn er groß und klein zum Loch erbringt. Borelli vom Virkus an Ankelli spielt und singt, wenn er groß und klein zum Loch erbringt. Das können wir ja schon. Wir freuen uns auf euch. Viel Spaß. Tschüss.